Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Let's Play Battlefield 4 mit mir der Ghost.at Heute mit einem zweiten Kollegen am Start X-Bending und auch einem Gastkommentar von Bitten by Bites Hallo Heutige Runde wieder einmal eine kleine für eine Runde Operation Metro im Conquest Modus. Ich glaube mein Maschinengewehr dürstet es nach Blut, deswegen werde ich mal die Klasse des Versorgers wählen. Die gleiche Einstellung habe ich natürlich auch. Es ist sehr gut. Es war nicht so optimal, wenn man im Squad die ein oder derselben Klassen hat. Ja, ein Sunny wäre schon nicht so zwecks wiederbelebt. Wir haben einen Pionier dabei, der was darin sehr viel bringt. Oder vielleicht läuft er mit seinem Schweißgerät durch und... Ja, wie man nach vorherigen Runden gesehen hat, es gibt auch RPG-Moobs, wozu sich dieser Pionier natürlich nicht zählt. Ja, wahrscheinlich nicht, weil... Das ist doch auch eine effektive Methode. Oh, das ist auf jeden Fall eine effektive Methode, um die Gegner zu... ...Gegneranzahl zu dezimieren. Ja, genau. Ich werde gleich mal versuchen, hier mit dem Aufzug hochzufahren. Tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü. Hast du Aufstuhlmusik? Aufstuhlmusik. 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 Und eine schlechte Idee. Ja. Okay. Leider zu viele Leute, die auf den Fahrstuhl schauen, hat sich halt doch... Die schlechtere Idee war wahrscheinlich mein großes Ackhock-Visier. Vierfach-Zum. Ja, auf die Distanz. Auf die Distanz. Auch nicht. Auch nicht. Das Gelbe vom Ei. Das werden wir mal etwas verkleinern. Was haben wir hier? Hier haben wir gar nichts. Hier werden wir mal etwas leiser treten. Mit einem Schallimpfer. Auf den warte ich auch nur bei der AWS. Aber wenn das so weitergeht... Rauchen ist ungesund. Hat das doch noch niemand gesagt. Ich schaue das schon wieder eher. Hä? Die Granaten fliegen schon wieder tief. Äh. Vielleicht das Wetter ist am Set. Hallo? Ja, das... Okay. Ja. So, das mit C gefällt mir gar nicht. Gehen wir mal bitte auf C, denn... Ja, ja. Sofort, sofort. Bin selber tot. Den Komment... Es hat mich gerade selbst verstanden. Ich werde jetzt... So was mache ich immer. Falsch. 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 Ja, Charlie. Es ist jetzt... Deine Chaos. Hunde pur. Ja, nichts vor die Tür. Wenig Meme. Wenig Leute auf dem Server. Aber trotzdem... Ja. Trifft man sich. Trifft sich, ja. Manchmal mehr, manchmal weniger. Aber Charlie sollte man nochmal... Ja, das ist halt wieder dieses... Granatengerotze... Ja, ja. Aber vielleicht... Nimm mir mit meiner Impact was mit. Weil ich brauche dir... Ja, ich werde mal etwas... Immer fürs Assignment. Hallo, hallo. Also... Ich werde mal einen kleinen Umweg starten. Das ist mir ein wenig zu... Okay. Okay. Natürlich. Taktisch. Wir müssen nur schauen, dass... Es läuft ein Sniper hinter... Oder... Ja, hinter. Da müssen wir nur aufpassen... Dass sie uns nicht... Hinterrennen. Und zurück... Zurückdrängen? Ja, das ist... Das Positive ist... Es sind nur so wenige Leute am Server. Also das Zurückdrängen... Ja, aber das schafft man sich... Okay, auch nicht einzunehmen. Also... Schaubar. Ja, weil es rückt ja niemand vor. Boah, es ist ja... Schau. Man, man muss mal ein wenig flankieren. Geh raus da. Schau. 33. Also haben die da irgendwo... Spawnpick. Ich höre das. Die sind rechte Seite. Und... Linke Seite. Schau. Schau. Klug, linke Seite. Ja, ja. Ich hab da eher Probleme auf der rechten Seite gerade. Ah, diese ABS. Ich weiß es nicht. Richtig überzeugt bin ich noch nicht. Ja, es ist... Gewöhnungssache. So wie bei jeder Waffe. Genau. Am Anfang verrast man sie. Am Ende liebt man sie. Zwischendrin... Ja. Hassliebe. Ich mal auf B. Wir schauen, dass ich B schaffe. Hackfleisch würde ich schauen. Hackfleisch, Hackfleisch ist immer gut. Vielleicht sollten wir mal versuchen einfach mal auf A durch. Auf A durchzubrechen. Einfach... Waaah, Claymore. Wir werden... ...dessen IP einnehmen. Wie du auch. Wuh, ja. Der kommt schon. Wir werden jetzt natürlich in Shan, von C. st das drängeln sich ich werde jetzt tatsächlich mal verspüten da hat Gott Alfa zu kommen zu hell zu gut dann drehen wir den Spieß um, dann können wir die Rolltreppen hinunter wir ihnen etwas in den Rücken fallen das wäre der Plan ja das darf nicht wahr sein schau dass du A kriegst weil bei B ich alleine wir kommen jetzt alle nachladen, nachladen auf A das ist klar wenn wir schon so dreist sind und ihnen versuchen den Alfa wegzunehmen ja da haben wir schon wieder dieses hä auf B wenn von hinten wieder auf B dann vielleicht wenn sie bei A abklinkt sind dass wir B kriegen dann können wir sie bei A festnageln den Plan sollten wir noch verfolgen das wäre super wenn ihr A halten könnt jetzt ich sage jetzt einmal so ich decke von B auf A sie kommen nicht raus aber sie kommen ja von draußen rein da hat jemand Ben halt A ignoriert und läuft zu B ja selten aber kommt vor ja nächste Runde ist ein Bug mit mit dem und in der Munitionskiste dass wenn du Munitionskiste schmeißt sollte er normal von allein wieder auf die Hauptwaffe wechseln macht er das nicht? was er in dem Fall nicht macht na das gleich automatisch das zweite äh Munitionskiste ah ok ja wenn du zwei wenn du das zwei Bäckchen hast dann schon so jetzt müssen wir nur noch ja aber die großen so weit abdecken dass da keiner zu da wird dich lästig bravo reinkommt so decken Jungs decken äh ich hab dir eine Türe nicht kierig werden einfach kommen lassen ja oh hallo Baby und da liegen wir schon und da liegen wir schon am Boden schön Sonny kommt na er glaubt ich äh Sonny glaubt dich nicht auf ooooh schade er hat mir zwar eine Medik nicht herkauft naja er hat den Granatwerfer er sagt wie die Kitas Granatwerfer ok finde ich eigentlich sinnlos wenn ich ehrlich bin das wichtigste Werkzeug eines Sanitäters ist und bleibt in erster Linie die Waffe aber in zweiter Linie auf alle Fälle in der D4 in der D4 in der D4 da gebe ich dir recht da kommt halt nichts drüber au es ist wieder dieser dieser Killcamp Bug da ist noch immer vorhanden ooooh das ist jetzt jetzt zu tun was habe ich jetzt gemacht rechte Seite ah ich bin bei C gespawnt komischerweise eieieiei das ist aber schlecht natürlich ein großer Fehler aber dann fehlt ein Soldat an der Front und B wird schon wieder eingenommen das kann nicht sein ja und jetzt sind die Leute schon wieder bei C es ist wieder erledigt ja es ist noch vorrangig dass wir bravo aber die wollen wirklich wooooooah B2 wo wooo 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 blieb in der Runde und durch liegt durch mehr ich sag so ja mal keine schlechte Idee nur noch von zwei Seiten wieder du machen kannst auf den Punkt in der Uhr mit Horst wird schon das Wort Brücker um in dem Vorletz ich laufe jetzt einfach mal hoffentlich zu Alpha durch Elegant Du bei Alpha? Ja ich bin in Richtung Alpha unterwegs nehmt ihr ruhig B ein ich werde draußen ein wenig lästig sein wieder mal nehmt ihr ruhig B ein ja verrück ist das nicht? doch doch Vertrauen in ihre Fähigkeiten kannst du schon haben oder sind nämlich immer die Leute die brauche wiederbeleben ist das jetzt Kritik an unser Team oder wie? Na nur unsere Sonne ja natürlich mit uns die was tun wir dann hehehe ei 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 soll man natürlich Alpha haben dann will ich mal vorschlagen auf zu Bravo waaah A Sophia Aufbereif ich habe das andere Ich habe gerne den Beong ich muss mir vielleicht wir vielleicht oder wo 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 hey wie wo 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 Oh Gott, die über Brennkran hatten ihn gesteckt. Klaa. Hä? Schlaa! Bravo, Baby. Ja. Ah, von hinten. Warum kehrt Alpha schon wieder? Okay, das soll ich jetzt sehen. Ja, das ist jetzt nicht so tragisch. Eh nicht. Wir müssten halt Bravo und Charlie mal halten. Äh. Oh. Oh. Danni. Jetzt kommt der Granatenhagel. Jetzt ist es wieder so weit. Jetzt ist es schon wieder gierig, kommt mir vor. Au, weh. So, hallo, Medic. Nix, nein. Ja, na. Sie wollen, wollen, wollen mich einfach nicht wiederbeleben. Medic-Streik, heute. Das ist heute. Ah, hallo, hallo, hallo. Oh, weh. Hör, hallo, hallo. AWS, AWS. Immer diese AWS. Ja, andere Leute können dann mit der halt schon besser umgehen, ne? ja, ich hänge ja, ich hänge ja, ich hänge ja, ich will nicht hängen so, dann haben wir mal den Foregrip direkt den werden wir natürlich gleich raufbauen und schon wieder ein von Infra-Rot-Visier, verstehst du? Infra-Rot-Visier, wie man mit dem Deino überhaupt spielen kann das ist mir ein Rätsel Infra-Rot-Visier, ja? ja, das ist ja ich bin schon wieder auf B-Spawned und äh Volt bei B-Spawned ach so, dann passt die na, entschuldige, nehmen alles zurück ich nehme alles zurück war mein Fehler alles, alles klar alles geschmält naja, wohl Foregrip-Power auch die Augen offen lassen Schade, ja, dass wir nicht so gern wiederbelebt werden obwohl da Sanis stehen aber ja, da sieht man unser Kollege der NZXT hat das anscheinend schon öfters gespielt auf der Map der kann mit dem Granatwerfer schon perfekt umgehen kennt die Winkel wie man oi, 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 oi jetzt kommen sie links ich glaube das ganze das genische Team ist gerade links ich würde mal den Kampf etwas nach links verlagern naja super naja, sie trauen sich ır oi, oi Leute, die sind. Natürlich ist hier der Vorteil, dass man da jetzt noch rein kann. Bei der Smallen. Bei der Kleinen. Ja, also die M1911 Handpistole mit dreifach Visier ist natürlich auch Übungssache. Zum Glück hat das jetzt keiner gesehen. Das habe ich gerne. Nein, nein, nein. Oh, es ist relativ wichtig. Eine Handfeuerwaffe mit einer derart großen Visier, das ist doch... Es geht schon ins PBR-Site. Wenn man trifft. Also es ist nicht so schlecht. Wenn man wirklich mal auf Distanz ein bisschen eng zugibt. Nichts! S Sr.: The Sun is! Bitte, danke. Bitte, danke. Ich lieg vor, S Sr.: Jetzt lässt's dir das wie zu einfach vor mein Freund. Oh, das war ich... etwas geblendet durch das feuer der brandgranate achso da sind sie hat sich da gerade unser teamkollege aufgeregt dass das gegnerteam nur am campen ist aber gerade dass wir am campen sind ist doch der grund dass wir gewinnen aber was willst du sonst anders machen wir müssen campen vor allem die zählten wir den sieg das war eine schöne runde wir haben gewonnen ich verstehe warum unser team mitglied sich da aufrecht warum das gegnerische teamkamp es regt sich immer irgendwer irgendwer trotzdem möchte mich bei euch bedanken fürs zusehen es war eine nette runde ich hoffe ihr seid beim nächsten mal auch wieder dabei wünsche euch noch einen schönen tag tschüss tschau auf wiedersehen